Paluten-Real Talk über Twitch. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie krass der Twitch auseinandernehmen wird. Ja, Leute, das ist auch einer der Gründe, weshalb ich wahrscheinlich bald nicht mehr streamen werde. Und ich bin auch, muss ich einfach sagen, glücklich darüber. Ähm, weil... Ey, das sagt übrigens gerade ein Streamer, der in den Stream 7, 8, 9, 10.000 Zuschauer im Durchschnitt hat. Alter, das ist schon geisteskrank, oder? Es macht oftmals nicht, es macht oftmals einfach keinen Spaß mehr, den Chat zu lesen. Also, gut, dass es sehr synchron ist. Das muss ich einfach sagen, es tut mir leid für die Leute, ähm, die dann immer, die dann letztlich darunter leiden müssen. Aber, ähm, das macht dann einfach keinen Spaß. Also, muss ich einfach sagen. Ich weiß, die Leute, ähm, leiden dann unter anderen Leuten, aber es ist, für mich, für mich hat halt einfach Streamen ganz, ganz viel mit dem Chat zu tun, mit der Interaktion, mit dem Chat. Das stimmt. Also, ich muss sagen, Twitch hat sich meiner Meinung nach im Gegensatz zu früher echt richtig zum Negativen, äh, entwickelt. So, ich, ich wollte dem Ganzen echt nochmal eine Chance geben. Und dachte mir, okay, ähm, ich mach hier nochmal schön Streams, ganz gechillt. Und, vor allen Dingen ist es auch nicht so, als würde ich, ähm, das dauernd ankündigen. So, es gibt, in den Team Paluten-Videos gibt's immer so eine Einbindung mit, yo, bin auf, auf Twitch oder so. Aber ich mach nie großartige Ankündigungen auf YouTube mit, Leute, heute Liste. Ey, ja, tu, ich wünsch dir noch einen schönen Abend. Vielleicht doch ein paar mehr korrekte Leute am Start sind. Twitch, mh, echt nicht mehr so geil, muss ich sagen. Ähm, ich hab einfach gemerkt, dass viele Leute, dass, dass so eine ganz, ja, so eine, so eine missgünstige, toxische Grundhaltung sich einfach eingeschlichen hat. Alles ist plötzlich cringe, und alles ist plötzlich, äh. Alpha Bilbo, grüß dich, Bruder. Ist doch egal, Mann. Ja, Pro, mach ich, Mann. Das Internet war immer ein Platz eigentlich für Leute, ähm, die sich so ein bisschen ausleben können. Sei es jetzt ein Minecraft-Fluchtsong, wo Lukas, der Rapper, so ein, so ein, einfach ein nettes, kleines Lied macht und Leute schreiben dann, ja, das Cringe ist, ah, Fremdscham, wie kann man sich sowas nur geben, bla, bla, bla. Ist doch, also Leute, wenn's, wenn's echt, wenn ihr, wenn das eure Probleme sind, dann will ich nicht wissen, wenn ihr tatsächlich mal vor großen Herausforderungen steht, die wirklich wichtig sind im Leben. Also, ähm. Ist halt schon cringe, ne? Pff. Also ich meine, an sich hat vielleicht Paluten da zum Teil recht. Man muss aber natürlich auch irgendwo sagen, die Leute können halt ihre Meinung reinschreiben und wenn die halt irgendwas kacke finden, könnt die halt reinschreiben, dass es halt kacke ist. Wenn die das natürlich immer machen, ist das dann halt natürlich los. Und ich bin ja auch ehrlich, also, bei Paluten ist es so klar, ich persönlich finde dieses, äh, diese toxische, äh, oder diese toxische Szene auf Twitch auch teilweise unangenehm. Ich finde aber, dass auf Twitch eigentlich, das, das ist halt ein Game, sag ich mal, das ist halt wie so ein Spiel, das ist halt dort, man muss das halt irgendwie annehmen, man muss halt auch so mit der Zeit gehen und nicht alles auf die Goldwacke legen, was dort reingeschrieben wird. Aber ja, wenn jetzt hier zum Beispiel auch einige reinschreiben, ja, du, das ist so belastend, so dumm und das bei jedem Video, das wird mir auch irgendwann auf den Sack gehen, denke ich mal. Ja, es kann sein, dass das, ähm, einer der wenigen Chats sind, die, die so anstrengend sind. Aber das, äh, ist ja dann am Ende nur die Bestätigung dafür, ähm, dass, also, ich meine, ich hab ja nur einen Chat. Ist ja nun mal einfach so. Und, ähm, ja, Sub-Only-Chat, ich find ein Sub-Only-Chat hat danach auch immer sehr mit, ähm, ja, ich will Subs geiern und so weiter. So dieses, ja, ich mach jetzt Sub-Only-Chat, damit möglichst viele Leute subben. Damit schließt du auch gleichzeitig halt, ähm, Leute direkt aus, die es sich zum Beispiel nicht leisten können. Ähm, das finde ich ist dann immer so, ist ein Zwiespalt. Und, ähm, dieses ganze Ding, ähm, war letztlich einfach ein, ein, ein Just-for-Funding, weil ich mir dachte, okay, ich will jetzt, ähm, das mal wieder ausprobieren. Also mich würde es halt, Real Talk sehr interessieren, ob wirklich so viele Leute sowas reingeschrieben haben mit Cringe oder so. Du, ich kann es mir echt nicht vorstellen, dass das so unfassbar Cringe ist, was dort reingeschrieben wurde. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, ich meine, das ist Paluten. Bei Paluten gibt es doch eigentlich nur Leute, die so, so mega positiv sind oder, äh, ihn halt einfach feiern. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass da so viele Leute reinschreiben, wie scheiße was ist. Also gibt es halt wirklich fast jeden Streamer oder so, oder gibt es so viele Streamer, da ist die Community so extrem toxisch. Kann mir nicht vorstellen, dass bei Paluten die Community so toxisch ist. Real Talk jetzt. Twitch live zu sein, ähm, mit dem Chat zu interagieren, ein bisschen, ja, einfach ein bisschen zusammen YouTube-Videos zu gucken und, ähm, ich kann es auch so zum Beispiel machen, wie Maxi. Ja, Alpha, danke dir. Der halt einfach, und auch viele andere, ähm, die halt einfach ihre Reactions einfach so recorden. Ähm, das finde ich schade, weil ich, ich, ich streame jetzt ja auch nicht, wirklich nicht wieder erst seit gestern, aber, Aber ich finde das irgendwie mit diesen Recorden irgendwie nicht so entspannt, keine Ahnung. Ähm, ich finde Reactions aufzunehmen, ohne dass es im Stream ist, irgendwie so falsch. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich finde das irgendwie so komisch. Das ist einfach nur so eine Start-Stop-Aufnahme und das war's irgendwie, also keine Ahnung, das ist cool. Aber ich habe halt, es ist halt schwer, das dann auch zu ignorieren, weil ich das einfach nicht möchte. Ja, aber der Nathos, du musst das in Relation setzen, im Paar sind toxisch. Du musst es ja wirklich in Relation setzen, schreiben da jetzt wirklich 100 Leute rein, dass irgendwelche toxischen Kommentare, oder schreibt da jetzt 3, 4 Leute mal rein, dass es toxisch ist. Ich kann es, ey, wirklich, ich kann es dir am besten Willen nicht vorstellen, dass das so toxisch bei ihm ist. Ja, ab einer gewissen Größe, Sub-Only-Chat, ja, ja, aber die Größe habe ich ja nicht. Also es ist ja nicht so, als würde ich, als würde der Chat viel zu krass durchrattern und dementsprechend, die Größe hat mein Stream hier nicht. Dementsprechend, dementsprechend, ja, wird es wahrscheinlich so sein, dass ich das in Zukunft umstellen werde. Und zwar, dass ich dann halt die Videos einfach, einfach, recorde, die auf den Team Paluten Kanal komme und das nicht mehr live mache. Das tut mir auf jeden Fall leid, aber das fühlt sich dann, das macht dann einfach mir nur Kopfschmerzen, macht mir ein schlechtes Gefühl. Evo, grüß dich, Bruder. Und ja, es macht dann einfach keinen Spaß. Sorry. Also, ich mag meine Streams auch. Elisa, ich finde auch, wir hatten schon viele richtig, richtig coole Streams, aber in letzter Zeit, und das merke ich nicht erst seit einer Woche oder zwei, das ist jetzt schon längere Zeit, dass ich das beobachte und auch ignoriere, aber irgendwann ist einfach auch mal so der Punkt erreicht, wo man sich so denkt, okay, das zu ignorieren, ist auch keine richtige, richtige Maßnahme. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, auch im Stream, habe das eine Mal den Stream. Ja, Leute, wie findet ihr das eigentlich? Also, was sagt ihr dazu? Findet ihr das, das verständlich, was Paluten sagt, oder ja nicht so? Also, das Ding ist so, ich finde Paluten echt mega sympathisch, ist ein geiler Typ, wirklich. Ich habe mir jetzt auch in letzter Zeit öfter mal Videos von ihm angeschaut, ne, um mich inspirieren zu lassen, ja, welche Simulatoren sind so nice, was könnte man vielleicht noch so spielen, wo sage ich, ja, das Spiel, das fühle ich, das kann ich mal ausprobieren. Ist ein saugeiler Typ, ich muss auch sagen, wirklich die Videos sehr entspannt. Ich finde aber irgendwie, ich kann es mir nicht vorstellen, dass der Chat bei ihm so extrem toxisch ist.